ja hallo und herzlich willkommen zurück zu csgo dies ist nur ein kleines ankündigungsvideo und zwar möchte ich am 24 12 2014 was jetzt bald sein wird ein case opening machen kann ich euch schon mal zeigen was ich im moment schon gesammelt habe es wird auch noch einiges dazukommen hier haben wir schon mal ein paar sachen hier noch welche natürlich habe ich nicht für jede eine schlüssel die fehlen noch irgendwie drei stück oder so noch eine e-sport ja die werde ich mir wahrscheinlich auch noch dazukaufen und das premium highlight wäre ja wird halt hier der stream heck 2014 kabel so ein case sein wir nicht öffnen es jetzt nicht wir sehen ja hier kann halt die dragon lord drin sein und die m41 s night mit viel glück bekomme ich ja dann mit viel viel glück eine und ja auf jeden fall ich werde auch streamen um 15 uhr werde ich anfangen den link den packe ich mit in die beschreibung und ja dann sage ich mal frohes weihnachtsfest und schaltet am 24 12 um 15 uhr bitte ein also haut rein tschau